Musik Hi Leute, ich bin's wieder, Jonas von Tegen Fussbach. Und ich bin heute wieder rausgegangen, heute alleine. Zumindest denke ich, es kommt vielleicht noch ein Freund von mir. Muss ich mal gucken. Und wir haben heute extrem beschissenes Wetter. Es ist nämlich so windig, ihr seht's hier vielleicht. Ich hoffe, es geht mit dem Ton. Ich versuch extra ein bisschen lauter zu reden. Ich hab's hier gerade so geschafft, die Plane so halbwegs als Windschutz hinter mir aufzubauen. Denn jetzt ist es gerade relativ windstill. Ihr werdet's wahrscheinlich gleich hören. Dann geht's hier richtig ab. Die ist mir heute schon mal weggeflogen, die Plane. Bin ich schon hinterher gerannt. Ja, ich hab die auch gerade so aufgebaut gekriegt. Viel besser ging's nicht. Und ja, der Grund, wieso ich jetzt das Video drehe, ist, das ist mein erstes Ankündigungsvideo. Und zwar, ähm, möchte ich in diesem Ankündigungsvideo, möchte ich euch Sachen ankündigen, die neu auf meinem Kanal erscheinen werden. Und, ähm, ja, was will ich euch heute ankündigen? Ähm, ich möchte euch eine neue Videoreihe vorstellen. Und zwar soll die Buschkraftküche heißen. In dieser Videoreihe soll es, ihr merkt mich jetzt, geht's los hier mit dem Wind. In dieser Videoreihe soll es um, ähm, Kochen mit und in der Natur gehen. Ja, das erste Video dazu wird nächste Woche kommen. Also, eine Woche nachdem ihr das Video seht. Ähm, ich werde Sachen, also Rezepte ausprobieren, ähm, die man draußen gut kochen kann. Und werde euch Rezepte zeigen, werde auch, zum Beispiel, heute habe ich, kann, also was nächste Woche kommen wird, ich kann es dir schon mal, bisschen zeigen, wird es um die Erbswurst gehen. Der eine oder andere, kennst du schon. Ja, da werde ich was, äh, mit Kochen, so, äh, Videos mit geben, so, für draußen, was man draußen vorbereiten kann, Snacks oder so, oder, ja, halt kommen, hin und mit der Natur. Ja, das war's eigentlich auch schon. Viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ja, das erste Video wird also nächste Woche dazukommen. Das werde ich gleich drehen. Ich hoffe, das klappt hier mit dem Wind. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Team Moskva.